Wir haben Zimmer und Essen, auch Getränke. Ich komme mit sich zusammen. Das war's für mich. Ihr seid j***er, werft einen Blick darauf. Vergiss. Nicht auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas kommt. Braucht ein Bogenschütze? Oh, da habe ich ge... Es war mir eine Freude. Was? 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 Ich habe eine Menge. Preist die Götter. 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 wir haben an was braucht ihr dann mal los dann 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 Zähne Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hey! Okay, let's go. Hey! Der Liste! Untertitelung des ZDF, 2020 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 verschwindet was das bin ich nicht ich bin nicht s bern ich habe keine ahnung wovon ihr redet delfin woher also habt ihr sie endlich gefunden und sie hat euch zu mir geführt jetzt tut sie das ihr solltet besser reinkommen erzählen nur einen augenblick das wäre geschafft Kommt herein, ich fühle euch viel zu haufen. So, besser. Jetzt können wir uns unterhalten. Also kämpft Delfin immer noch nach all den Jahren. Ich hätte gedacht, dass ihr mittlerweile klar geworden ist, dass es hoffnungslos ist. Ich habe versucht, es ihr zu erklären, schon vor Jahren. Habt ihr es noch nicht kapiert? Was muss denn noch passieren, bevor ihr aufwacht und versteht, was vor sich geht? Alduin ist zurückgekehrt, genau wie es die Prophezeiung vorhergesagt hat. Der Drache vom Anbeginn der Zeit, der die Seelen der Toten verschlingt. Niemand kann seinem Hunger entkommen, hier oder im Jenseits. Alduin wird alles verschlingen und die Welt wird enden. Ich habe versucht, es ihnen zu sagen. Sie wollten nicht zuhören. Dummköpfe. Es ist alles eingetreten. Und ich konnte nur zusehen, wie unser Untergang naht. Ja, ja. Ihr wisst es ja. Aber ihr weigert euch, es zu verstehen. Oh ja. Es wurde alles vorausgesagt. Das Ende hat begonnen. Alduin, nur ein Drachenblut kann ihn aufhalten. Es scheint, als seien die Götter unserer überdrüssig. Sie überlassen uns unserem Schicksal als Spielzeug von Alduin, dem Weltenfresser. Was? Dann gibt es Hoffnung. Wir müssen gehen, schnell. Führt mich zu Delfin. Es gibt eine Menge zu besprechen. Aber gebt mir nur einen Augenblick. Ich muss noch ein paar Dinge mitnehmen. Das werde ich brauchen. Nein, nein. Nutzloser Tant. Wo ist meine kommentierte Anuade? Nur kurz. Ich weiß, dass die Zeit knapp ist. Aber ich darf. Hinter. Morgen. Naja. Nies. Hala. Noch eine Sache, die ich mitnehmen muss. Nun, das sollte wohl reichen. Dann mal los. Was? Da ist der Agent, der Klingel. Ich habe hier nicht drauf. Was? So, was multicastelt? Dann appear. Sweat. Was? Was? So, was das? Was ist 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 das? Wow! Na I Ich könnte hier etwas Hilfe gebrauchen. Ich glaube, wir sind nahe dran. Gehen wir weiter. 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 Gehen wir weiter.